Da sind noch Träne Du musst ans Fenster!! Du musst ans Fenster!!! Jo und dann! Wir draußen am Fenster geht. Ich glaube ich muss eine neue Lobby aufmachen. Jetzt ist das... Hi! Ich bin schon wieder bei Jack gespawnt... Hallo! 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 Was habt ihr denn hier reingeworfen für'n Müll? Ich krieg mir das Klatsche in die Hand. Oh, ich hab wohl auch gefunden. Ich muss mal zur Bank, gell? In dem... Da liegen meine Hoffnung und Treppe drin. Nein. Hallo? Ich bin hier mal dabei, guter. Ein Kredit über 500.000 Euro ohne Zinsen. 5.000 Euro? Nee, auf ihrem Konto sind nur noch... Oh, sie sind im Saldo. Minus 5.000. Wir kriegen erst mal noch 5.000 von ihnen. Was willst du denn hier machen? Ich zahl das zurück, wenn ich das nächste hab, ja. Wir sind bankrottet. Diese komische Hexe da hat gerade alles. Tut mir leid, dann müssen sie jetzt weiter hinterher. Einmal meine Kinder und meine Enten. Ja, das ist ja nicht mein Problem, ne? Hallo. Guten Tag. Herzlich willkommen bei Balouis Bank. BB, Balouis Bank. Herzlich willkommen. Ja, ich hab das Geld mitgenommen. Sag mal was an, ich auch. Danke. Du hast wieder geklaut, hä? Ach, die paar Groschen. Ich hatte gerade auf... Ich hatte Donuts hier. Ist das so detailreich? Das packe ich ein. Da suche ich. Ist das so eine schöne Map? Die ist so detail... Die ist so detail... Die ist so detail... Items? Quack, quack! Was machst du da in der düsteren Ecke? Was ist das? Ähm... Die Quest hier. Aber ich finde die kompliziert. Ich finde... Warte mal. Wo kommst du denn? Äh... 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 Du kannst den da links nehmen von dem, der schon schläft. Der kriegt das eh nicht mit. Oh, das ist der gute Ecke. Oh, dankeschön. Nicht in Kugel. Oh ja, geht mir schon gleich viel besser. Kannst du die Essenslieferung für mich ausliefern? Was? Äh... Ach so, die Tüte? Ich nehme die mit. Die muss zur Polizei. Okay, ich bin dann auch wirklich so... Oh... Äh... Ich glaube, das Ausgangssprache. Äh... Der Hinterausgang bringt auch nix. Was ist das denn? Was ist das für ein Notausgang? Vielleicht ist das ein Vent? Kann das sein? Ich war doch nie böse. Was? Das ist doch ein Gully-Deckel. Bin ich auch nicht. Könnte ein Vent sein. Ach so, das könnte... Jo. Äh... Feiern. No Puzzilei. Wo ist denn die? Ja, da unten. Hier muss ich doch wegen noch irgendwas machen. Was ist denn das? Hä? Oh, die Bar ist wieder offen. Die war gerade einmal zu. Ja, wir hatten... Und dann ist Barkeeper, alles klar. Wir hatten einen schrecklichen Gast. Wir mussten... Wir mussten schließen. Ach, Kohn dran oder wie? Ne, so ein alter Mann war hier... Oh... Doch nicht der von der Bank? Doch der von der Bank. Der hat gesagt, der ist pleite. Oh... Wie könnte das noch passiert sein? Was wollt ihr hier? Wollt ihr was bestellen? Ein Guinness bitte. Äh... Danke. Thanks, mate. Und jetzt kannst du mir noch sagen, was du bist. Äh... Also ich bin Barkeeper. Ich habe natürlich eine Knarre. In der Bar wäre gut. Oh... Okay, sehr gut. Ja, und mich... Mich sollte man lieber nicht töten. Warum nicht? Die wie hier drin? Die wie hier mit Drogen gebildet. Das wird sich zeigen. Nein, hier drin gibt es keine Drogen in meiner Bar. Wer schließt... Die Jugend von heute. Jetzt haben sie mal einen Fisch verjagt. Gipi, Gipi wollte mich so... Also es muss Dini oder die Alten sein. Kannst du mal nicht im Teamspeak reden? Ich habe Teilwort verstanden. Muss Dini oder Items sein? Ich habe dir gerade gesagt, was für eine Rolle ich habe. Dini mit Drogen wollte ich sagen. Also Gipi wollte mich eigentlich beschützen. Ja, der war dein Bodyguard. Ja. Und dann sind wir in die Bank gegangen. Die Türen sind zugegangen. Dini und Items waren bei uns. Und dann ist Gipi umgefallen. Mhm. Ja. Vampir. Bei mir in der Police Station sind auch die Türen zugegangen. Überall die Türen zugegangen. Bei uns in der Bar ist auch die Türen zugegangen. Was heißt bei uns in der Bar? Das ist meine. Ich kann nur sagen, also ich habe eine ganz große Lupe dabei, weil ich ein paar Ameisen verbrennen wollte. Und dann ist meine Lupe aus Versehen auf Nefi gegangen. Und ich habe unschöne Dinge gesehen. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich glaube, ich muss schon wieder beichten gehen. Oh. Hast du seine zwei Barthabe gesehen? Nefi ist also ein Killer oder was? Ich glaube, das ist jetzt erfunden, weil Divi hat so unseriöse Dinge gemacht in der Eigenschaft. Ja, wie wäre er mit einem Verarschmöden? Ich habe dieser Hübschuldienst in die Leitzen geredet. Das ist ein Ziemelchen. 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 Und jetzt ist Divi tot. Wir könnten ihm noch einen ehrenwerten Dienst erweisen, in dem wir Franzi ins Gefängnis stecken, damit der nichts passiert. Dann ist sie sicher. Ja, dann ist sie sicher. Ja. Das können wir tun. Äh, wie stecke ich sie ins Gefängnis? Dann sehen wir Alte mit Routen. Möchtest du überhaupt ins Gefängnis, Franzi? Ja. Da bist du in Sicherheit. Okay. Ich wurde auf Franzi. Ihr müsst es geben. Ach so. Oh. Toll. Schade! Hallo! Hallo! Oh nein! Das hat ja gut funktioniert mit dem Gefängnis. Das war nicht das, was wir wollten. Das war kein Gefängnis. Nee, eigentlich war das nicht. Hi, Dalu! Du bist... Wenn Divis Geschichte wahr ist, dann muss irgendjemand Gippi getötet haben, der Franzi hieß. Ja, ja! Mino! Haha! Wieso ist die Tür schon wieder zu? Weil der Mörder da drin ist. Oh mein Gott! Wir beide machen das jetzt, Mino. Bist du bereit? Da drin ist ein Killer. Ja, ich bin bereit. Okay. Da drin ist ein Killer. Kann irgendwer schießen oder so? Kann der wer fähig machen? Nee. Lass uns einen Lochvogel reinbringen. Julie geht rein. Julie geht rein. Wir verstecken uns, Mino. Versteck dich hier. Aber dann werde ich gekillt. Julie geh rein. Du hast ein Schild. Hey! Da sind die Türen wieder auf. Hallo! Hallo! Halten sich! Hey! Ist auch nicht da! Was geht? Lauf dir jetzt hinterher, um dich zu schocken. Mio 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 M so werden wir neue bewohner ich muss eben stempeln ruhe im gerichtssaal aber der friseur am brennen ich trau mich nicht da rein ist da schon wer tot ich weiß nicht ne für würde ich gerne gehen da bin ich ein guter schott wo ist das kackfeuer denn im wahrenhaus wie komme ich ins wahrenhaus ich schaffe das noch es sind dinge passiert sowieso kommt keiner feuer löschen ja moment warum warum muss einer feuer löschen kommen nevi auf was wartest du denn ich war ich war gerade auf dem weg wenn es doch gelöscht nein es gibt mehrmals feuer das warenhaus brennen und dann habe ich danach noch julie getötet die in dem mino getötet ich bin dafür dass wir mich wohnen mino oder julie ich bin auf jeden fall dafür dass wir mich wohnen also da lag der tote balu und mino hat ihn dann gefest und hat auch noch mal reingestochen jawohl nein nein die wie ist absolut unschuldig die wie war auch nicht der mörder in der bank die wie ist absolut unschuldig in sicher bank julie was hast du gemacht ich war nur augenzeuge aber was hast du jetzt getan ich habe mit mino darüber nein wen hast du gewartet gewartet so ein items wahrscheinlich sie hat ja den mord gesehen mann umgebracht das soll nicht zwischen mir liegen warum wieso denn da lu es ist doch ja also es leben ja wahrscheinlich noch es leben ja noch es leben ja es ist auf keinen fall die wie mir ich habe dich doch schon unter die lupe genommen als ich in der dritte stand du schwein du bist nicht du bist nicht du bist nicht mein du bist nicht dodo du bist nicht dodo genau ich bin böse ich hätte knasten können aber dann wäre vielleicht zu ende gewesen wenn zwei böse noch voten die wie hat sich den detektiv nicht ausgedacht also den detektiv sich einfach auszudenken die wie bist du detective ja ist das so ja oh nein bringst du mich jetzt um die tür sind zu oh nein oh nein oh Gott kann ich hier rein ich kann hier nicht rein die tür sind hallo helfen sie den habe ich schon bestochen der hat schon Geld von mir bekommen oh Gott das ist eine Verwirrungstaktik das ist eine Verwirrungstaktik uh uh pass ich durchs Fenster ich bin nicht da es ist nämlich draußen da war wer da draußen war jemand du warst ne knappe Sache oh man war 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 Julie schon tot hab ich nicht verstanden ne ich bin gar nicht gestorben naja die wie hat gesagt sie war detektiv und hat das bei dir gesehen ob das also das ist ja relativ das ist ja schon wild das stimmte oder stimmte das nicht das stimmte das stimmte so und dann hatten du hattest auf Divi gevotet und Items hat er auf Divi gevotet so deswegen ich hab auf Items gevotet warum Sporn ist Sporn Sporn oh da ist sie wieder ihr Knechti Knechti Herr Bürgermeister Herr Bürgermeister was haben sie denn hier gemacht hier alles muss wie muss man sich um alles selbst hier hier was haben sie denn hier gemacht wer ist das ich hab mir mein Geld abgeholt aha oh mein Gott Minou stirbt ein bisschen zu häufig also ich stehe mit Minou am angeln wir haben gerade rausgefunden ich bin so raus wir haben gerade rausgefunden wie wir angeln müssen wer ist Minou? und auf einmal geht mein Angelfenster zu und ich kann jemand reporten und jemand haut nach oben hin ab und ich habe leider nicht mehr gesehen ich habe ja weil ich geschlossen habe um wieder zu fragen wie es geht auf einmal habe ich mein Fenster zugemacht du hast nicht auf einmal geht mein Angelfenster zu ist sehr theatralisch erzielt ich muss halt ich muss halt Felser schließen um wieder umzubringen wollte es ja nicht sein einer ist hochgelaufen und ich habe leider nicht gesehen welche Farbe hochgelaufen also oben mit mir war ich habe ich habe jemanden ich habe jemanden ich habe jemanden gesehen der sehr viel zu sagen hat aber illegale Aktivitäten vollzogen hat Katze? der redet nicht mal viel ne 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 das finde ich wahrscheinlich oder? wechseln auch viel weißt du was ist denn daran illegal sich Geld geben zu lassen Geld geben? ich glaube du hast da ein paar Groschen bezahlt in der Gasse oha aber ich habe Geld bekommen und danach habe ich es zur Bank gebracht bei Louis hat es gesehen die müssen also Anteile an dich nicht geben du hast mich ausgeraubt du hast Geld weggenommen nicht gebracht du erzählst Lügen gib ihm was du ich dachte ja mir bei KnastungTV steuer hinter die Hand für KnastungTV das sind die Schützen in dem wir sie ins Gefängnis stecken nein die haben uns nen Hentai angefangen nein bei dem Warenhaus ich fand den Plot schlecht der Plot ist ja auch nicht so relevant geht ja auch um die das hat in den Knast nein der Plot die Hauptfrau im Moment ich kann gar nicht in den Knast kommen Skippe 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 to win it warum nicht du frag noch mal nach warum hat Baloui zwei nein Skippe hat doch mehr Skippe hat doch mehr Votes achso er hat gewonnen hat er gesagt das ist mein job ist der frechheit ja brauchst du lauschen oder so oder irgendwas für die haare ich mache das jetzt trotzdem irgendwo ich bin jetzt hier noch arbeiten ja ich gehe mal zur pumpe was macht man hier weil man warum habe ich doch ich wäre gern ein waffel eisen dann wäre ich richtig hier hast du denn ich werde gern waffel eisen schon mal vor würde es immer nach waffeln riechen und du hättest immer waffeln wenn du waffeln welt ist aber aber moment ist aber das waffel eisen allein gibt er keine waffeln ja aber ein waffel eisen wird doch meistens benutzt oder nicht fragen wir kunden dran fragt noch mal eben das boot zauber ich wäre gerne in waffel eisen aber darum meinen die logik wäre nicht gut weil ich dann von anderen abhängig wäre um waffeln riechen zu können und das tollste einem waffel eisen mitkriegen zu können wärst du gern nach leisen da hat er natürlich recht wenn du nicht benutzen ist kannst du nichts riechen nach waffeln riechen was ist jetzt schon wieder franzi ich habe es auch nein es ist nichts ich habe gerade zweiter und ich muss nur noch vorräte holen ich gehe dann mal dankeschön macht das aber hey franzi 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 hier wo jack der ripper das ist die killerhütte der allerichte und sie kennen mich auch unter dem namen gp gp ich bin in einer kirche für sie was ist denn in dem barbershop genau突 passiert er hat es sich Feuer! Franzi ist in der kleinen Hütte verbrannt, glaube ich. Moment, das geht nicht, oder? Wirklich, das ist so traurig. Nein, das geht nicht. F in den Chat für Franzi. Was ist passiert? Ist das nach dem Feuer passiert oder davor? Naja, das Feuer ist immer noch am Brennen gewesen, als wir die Leiche gefunden haben. Also würde ich sagen, davor. Diese kleine Hütte kann, wenn die unten rechts ist und da lag Franzi drin, nachdem ich gelöscht hatte. Ich kann nicht gut rießen. Sie ist kein Waffel. Ich bin Technischen Goose, das heißt, ich kann herausfinden, von wo aus die Montage kommt. Und ich hatte bisher zweimal das Vergnügen, über einen alten, betrogenen Kauz zu laufen, der aus dieser Ecke kam. Zweimal jetzt. Mal Louis. Und ich habe immer das Gefühl, dass Vex wegrennt, sobald er eine Falle aktiviert hat. Ne Vex, wo sind wir denn hingelaufen? Ich bin der Technischen Goose, ja. Kriegen wir beide in den Knast? Beide in den Knast? Beide in den Knast? Beide in den Knast? Stopp, 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 stopp. Nefi, wen das? Okay, Vex hat bei Louis gewartet. Äh, ich glaube, dass Nefi das gemacht hat. Kunran, kannst du skippen? Ja, ich will es versuchen. Okay, ich skippe. Äh, Julie, du bei Louis, ich Vex. Moment, Moment, Moment. Stopp, stopp, stopp. Items, Votet bei Louis. Nefi, Votet Vex. Ich muss Vex voten, oder? Ja. Ja, Vex wird nicht sich selbst. Oh, nein, Vex hat mich gewartet. Was macht Kunran für Items? Moment, stopp, stopp, stopp. Wen muss ich voten? Ich muss Vex voten. Worte mich. Ich habe Louis gewartet, ja. Knast, Knast. Aber, geht sich das aus? Nefi sagt, er hat... Es ist eine ungerade Zahl. Nein, Kunran hat sie skippt. Okay. Knast, Knast. Komm, schweig, es gibt es. Warum hast du es? Warum hast du es? Oh mein Gott. Ja, das war Vex. Ja, das war Vex. Ja, das war Vex. Ja, das war Vex. Aber Moment, Vex kann das doch gar nicht gewesen? Da muss ja wer anderes... Ich weiß ja nicht. Balui muss geskippt haben. Weil Vex hatte ja ein vote zu wenig. Ja, genau. Ja, Balui hat einfach frei geschissen. Ach, das ist eine Treppe! Ja, da muss ich erstmal mal zurecht. Mann. Vex hat einfach verkackt. Hallo. 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 Ich hab den Wort mal verdeckt. Hallo. Alle Abstand nehmen. Scheinbar war es wirklich bei... Also Vex sagt es war wirklich bei Lui. Also von daher, alles gut. Hallo. Es muss ja gerade eben passiert sein. Aber bei Lui, der Mörder ist doch weg, dachte ich. Ja. Vex hat gerade... Wie kann ich den Kunran noch hören? Ja. Ich rede noch mit Kunran, ja. Vex hat gerade neben mir... Kunran erstongert. Sag mir bitte, du bist oben in der Stadt gerade. Vex ist nämlich gerade nach unten gegietet. Ja, ja. Nee, spierst du nicht. Ja. Also... Lass da nur erstmal zählen, Vex. Also Vex hat gerade... Wer war's? Kunran. Abgemurkst. Genau jetzt. Items in der Mitte. Da, wo die Ratten tanzen. Das ist gelogen. Vex war oben links. Ich hab ihn gesehen. Halt, halt, stopp. Ich hab Vex nämlich auch gesehen. Und er kam gerade in der Mitte zu diesem Marktplatz, wo die ganzen Tauben gelaufen sind. Ja, genau. Vex habe ich vorhin noch links oben. Das ist nicht links oben. Ich bin bei der Bar. Da hab ich ihn auch noch gesehen. Dann ist Davon Worms ist gerade von oben nach da unten gelaufen. Also Vex war safe oben links. Also Vex war safe oben links. Ich bin grad... Ich hab mit Nefi noch geredet. Also ist es Nefi. Also Nefi stichst du nicht auf. Dann sind's Dalu und Items. Moment. Es ist Dalu. Halt, stopp. Ich bin fein. Ja dann ist es Dalu, weil Vex war safe. Ja auf jeden Fall sagt. Ich bin links oben. Ich hab's noch in den Grügels. Also Juli es sind... Es sind beides. Ah so, okay. Lass dich nicht ein. Ja. Wir gehen auf... Wir gehen auf... Wir gehen auf Vex diesmal. Diesmal fliegt Vex. Auf Dalu. Wir sperren die einfach beide ein und machen dann die Tasks. Diesmal fliegt Vex, Juli. Nein, nein. Wir gehen auf Dalu. Vertrauen mir und Nefi. Diesmal fliegt Vex. Vex, du hast gerade schon Baloui beschissen. Das ist... Ja, das ist absolut richtig. Aber ey, war's wirklich. Oh? Ja, das ist schon zu spät. Da musst du nicht drauf. Oh! Also Nefi ist der andere, Leute. Da musst du... Uh, Scheiße. Gut dran, war das. Dalu? Ja? Warum... Also... Kann das sein, dass du wirklich trotzdem böse bist? Äh, ne. Okay. Das ist... Juli ist ganz lieb. Auf gar keinen Fall böse. Okay? Wer Nefi... Geht's in Gully. Tschö mit ö. Dalu, du sagst, es ist Nefi. Es ist Nefi, ja. Safe. Hundertprozentig. Wo weißt du? Wo weißt du? Weil Nefi und Vex gerade diesen... diesen Knastboot gedodcht haben und Baloui geflogen ist. Und jetzt waren die beiden angeblich zusammen. Ja, und es ist Alarm. Okay. Okay. Oh, ich sehe nix. Da ist Nefi, da ist Nefi, da ist Nefi. Nefi. Wo ist Nefi? Der ist nach links gelaufen zu Items. Äh, da ist Items. Hallo? Ja. Wieso löschen wir nicht? Lass mal hier... Wir müssen noch eins löschen, unten im Warenhaus. Oh, lol. Okay. Herr, warte, ich komm schnell. Ich hab was vor da, du. Was denn, was denn, was denn? Kannst du töten? Ja. Ja. Krass, ich auch. Ey! Du Schwein! Du bist der Böse! Oh mein Gott. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Was? Nein. Mann. Er hat mir eine Erklärung abgeliefert. Ja, genau. Aber ich... Ey, ich bin... Ich hab mich als Vex verkleidet. Killkundan und instant reported. Nein. Ich hab's ja gesagt. Du hattest sogar als Nefi noch, der gesagt hat, dass er nicht bestätigen kann. Ja. Ihr habt ja doch gesagt, dass ich noch geredet habe, quasi. Ja. Ja, aber... Aber die haben halt Baloui beschissen. Die haben Baloui beschissen, deswegen war böse. Ja, nee, nicht wirklich. Nein, 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 nein. Ja, Baloui hat sich selbst beschissen. Ach, Nefi konnte nicht, wo? Ich konnte nicht. Aber das war so ein Schiss. Okay, okay. Ich geh zu Franz, den Turm in die Kamerstelle ab. Hey, Rems. Hallo, Mr. Dagenkant, hast du mich ja richtig am Busen. Ich hab's ja gar nicht gewusst, ne? Der erste Kill war so geil. Ich verkleide mich als Knecht. Die lauft zu Mino und Juli. Kill Mino. Und Juli kriegt's einfach nicht mit. Ich hab mich sogar noch gezeigt. Hier. Hier ist interne Runde, Kunran. Ich glaub, wir sind zwei böse, oder? Oh, oh. Moment, wie funktioniert denn der, viele Fans? Der ist ja, viele Fans. Oh, hier sind ja noch mehr. Was denn hier und die Versammlung, oder was? Da sind wichtige Quellen. Schon mal jemand Corona-Abstandsregeln gehört. Blauli, das gilt nur für dich, weil du im Alter bist. Wir können zusammenbleiben. Der einzige, der Maske aufhört hier. Genau, Blauli das ist gut. Allein aus Nervigkeit sich selber im Risiko aussetzen. Wir können uns hier alle wegnehmen. Oh, ihr liegt die Knarre. Das Lemminge finden das sehr kacke, wenn man mit ihnen zusammen von der Klette springt. Hast du Lust? Hast du Bock? Mach doch jetzt! Er ladet es auf mich! Mach doch! Tschüss ihn! Tschüss ihn! Tschüss ihn! Jetzt tönt ihr euch endlich! Doch, ich hätt's däglich abgemacht, weil du dort drin jemand getötet hast… Franzi! Ja? Mach wir nirgendwo! Franzi, wie fandest du die Geschichte von Jack the Ripper? Die war echt super, also das Ende war ein super super toll! Das look buena! Hey Leute? Kann einer Aberlui tun? ja schon locker 15 sekunden her war in dem zeitraum bei dir und bei kundern die beide war das nicht also ich war gerade bei der kacke dann kommt jemand zu mir und sagt ich habe gerade gibt die abgestochen aber gp lebt also war das den worten heraus ich habe nichts gesehen ich habe eine maske und ich habe vor lange versucht unten zu angeln ist gar nicht so einfach meine letzte minute einfach mal so zusammen nur drei skips leute kein zeit kein zeit du musst ans fenster du musst ans fenster was ist los warum lassen wir halten sie ist im knast bei louis steht am fenster und mir haut ihn die ganze zeit an killerhütte schlecht immer was in deiner schenk feuer löschen feuer nachdem du das feuer gelegt hast habe ich es ausgemacht da du hast das feuer gelegt ja ja bist du dir sicher ja bist du dir wirklich sicher bist du dir echt sicher wie du kannst nicht töten also ich habe doch gepostet was hier ich habe gepostet wieso doch ganz kurz wie macht bei mir die tür in der gefängnis zelle auch wenn sie kommt mit rein wie kommt mit rein bei louis kommt mit rein nefi sticht rein sagt glaubt ihr keiner ich beobachte alle mädchen mit items dann hat er mir einen davon erzählt du kannst du noch mal rein worten wie in die anderen räume auch dann kam franzi rein wird abgestochen er springt in den gulli er reported aber selbst das heißt die war die kanadische gamm und er der erste kill of wächst war ja auch das ist ein gerücht also ich finde aber gut was er sagt ich habe dabei und nefi ich bin dabei ja wortet ihn ruhig moment knechte zurück ins knall nicht tot ja ich habe aber auch nicht gesagt dass du gebi getotet hast warum knechte kommt gestern mäßig rüber ich glaube er hat es einfach nur zu gegeben er hat es aber vorhin schon gesagt das ist ja auch das play aber nie in dem fall ist es wirklich so dass nie viel also ich habe nie gewohnt ist ich habe nie viel gewohnt ja so nicht aber ich will jetzt wieder fliegen knast was ist denn mit euch an ich wollte knast ich wollte blup 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 blu oh nein scheiße warum was gibt denn zwei ich wollte knast sorry man minu 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 jetzt ein butterbrot geben ich bin detektiv und ich werde jetzt gleich items verhören und ich gebe dir im meeting ein zeichen und du gibst das später weiter ja ich sag ja oder nein und dann weißt du ob er gekriegt oder nicht okay wenn du nicht einfach irgendwo das feuer anzünden bleiben sie stehen ich glaube ich bin vigilante nein oder sieht nicht gut aus es sieht aus wie louis die wie und ich sind gerade zusammen unterwegs was ist passiert warum drückst du eine glocke wenn wir so viel spaß haben was habt ihr mit dano angerichtet ihr schwein gar nichts ich habe das feuer ausgemacht mit den dreien zusammen um die häuser gezogen wortwörtlich richtig er ist doch bei euch geblieben oder nicht und dann bin ich und dann bin ich und dann bin ich und ich war allein die anderen drei waren zusammen ich habe vorher ausgemacht und nicht die kabel nachhinein vorbei naja dann haben also das wäre doch nicht überfeld oder verlieren alle das heißt judy war allein die ganze zeit oder ausgemacht ja und dann aber wie hat da nur abgestochen ja dann muss es ja nicht das kann nicht sein die weil ich erst nicht bei uns vielleicht gehört ihr alle drei zusammen alle drei würde er es gibt die drei haben knechte gewartet es gibt knechte im knast der dodo wird eingehaftet nein der dodo fliegt der dodo gewinnt der dodo gewinnt ja und deswegen dachte ich er ist böse egal ja dass du gespielt hast du konntest nicht ob wir uns das spielen als ich nein eigentlich nicht eigentlich war das so klar ich habe sogar den mimick dazu bekommen ich habe sogar den mimick dazu bekommen mit meinen zwei zusammenzuarbeiten das war voll der hinsplan gut funktioniert ja ich bin ein wenig hinterher gelaufen mit meiner lupe wollte gucken und dann hat er mich abgemurrt bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020